heute und gestern hat er sofort 40 kills in den modus geschafft und heute liegt er hier gleich die nächste runde nach mit einer kleinen steigerung von 42 kills also nicht die steigerung sind zwar ein spiel sondern er hat jetzt zwar nicht geschafft ohne schauen wir uns jetzt mal ich bin immer noch geflasht bei diesem replay ding oh gott die damage kommt das nicht an nameplates, player outlines, deepplay wiki, damage clip no scope ja gleich no scope so würde es ausgewählt wenn ich gegen dich kämpfe gleich, was sagen sie dazu wahrscheinlich werde ich noch schneller drücken wir haben es ja schon gesehen, ich kick-exe den gleich auch gerne mal weg gleich darum geht es jetzt in diesem video hier nicht so das war ja sofort soll ich aufgabe nochmal durchlaufen nein nein einfach drin lassen kein familienfreundlicher content er ist halt echt nicht erzogen boah was ja sorry, aber wer in der Aufnahme rülpst ja das ist doch ein bisschen hast du zum allerweiter rausschneiden aber Leute nicht der Vorteilung und das machen wir mit Premiere hahahahahahahaha nein doch, natürlich Leute, also jetzt kommt es zu der Premiere wenn ihr grad in Live-Chat irgendwas schreibt wir können ihn gerade nicht lesen ähm ich bin gerade gestorben vergleich ja danke dafür schlecht wir hätten sie weniger gestorben hätten sie mehr games gemacht wir hätten sie besser gebilden hätten wir gewonnen stimmt also insgesamt gesehen 42 gibt es einen kurzen anderen und nein diesmal war ich nicht bei einem so ich hatte alleine 42 80 ich verstehe nicht wie kann man das verlieren wenn ein einziger 42 jetzt neun die haben also aber ich habe die nicht jeden die sind auch wieder ne das guckt sich der sofort nicht noch mal gestorben ist ich bin in diesem match so ich habe echt keine ahnung warum und das nächste mal wieder auch ein 50-50 leute, alle neun kommen von hinten, richtig, gleich normal, gleich auf jeden fall es kommen jetzt noch 32 kills, Leute HEADSHOT 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 und der hat ja gar nichts gefeilt ey das ist jetzt eine falle gewesen das ist eine Welt mit mir mal ein kam für dich Psssssot das ist der lasert gleich haut sich Begriffe von mir ab, Leute was ist der lasert, Uwe wie kriegst das du eigentlich in der runde garz komm wir müssen uns auch gleich nochmal angucken weil er gleich sagt, er war eine Weg, der sind immer total hieß und er würde trotzdem dran verrecken sag ich ich sag nicht, dass seine Gegner total sind aber sind welche dabei, wie der Freund das war ein absoluter äh, der hat ja damit zu tun bis der sich dreimal um sich selbst getreten hat oder nur einmal um sich selbst getreten hat da ist ja sonst mit dem was machen würde no scope, hast du gesehen oder? mhm jetzt kommt die weißen Kills noch einmal innerhalb von sieben Minuten 21 Kilometer 21 Kilometer Hä? es geht nicht weiter als die 21 Kilometer denn Tim Hä? das war noch bei ihm noch 21 Kilometer oder? mhm ach erwarte nema 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 Oh no, jeez. Das ist gar nicht. Ach, der Zucker war das denn jetzt. Außer der Jungen außen. Ich weiß nicht warum ich jetzt gleich auf Staunen bin. Da war ich mir gleich, kann man den Rekord knacken. Ich bin schon mal gleich gekommen und hab die Gelegenheit direkt genutzt, um richtig gut dort zu landen. Ich bin dann lediglich gescheitert. Wie immer. Ich denke erst so, okay, ich land jetzt da hinten. So, gleich kommt die volle Sehne. Total geil. Der war tot. Der hab ich erst gesniped und dann noch gebildet. Das hat man jetzt gerade irgendwie nicht gesehen. Und dann kommt der nächste Kill. Und dann kommt er wieder rein. Weil oben kann der mal warm. Ich finde, ich wollte so angehen. Einmal. Einmal. Und dann falle ich mir drauf. Und dann schaue ich mir drauf. Ich bin ja schnell dran. Und dann schaue ich mir drauf. Das ist ja schon wieder. Einmal schon wieder raus. Ich habe zu haben. Es war wieder raus. Ich bin ja in Karts. Das ist ja. Das ist ja schon wieder raus. Ich bin der tot. nicht 39 wollte ich soll dann muss ich noch Ich weiß gar nicht. Irgendeinen habe ich noch getötet. Okay. Ja, um damit zu füllen. 42 Kills! Persönlicher Rekord. Ja. Mal gucken, wo willst du noch hin? Was willst du erreichen? Nächstes Ziel? 45, 50, 50. Schauen wir mal. Ja, wenn das restliche Team ein bisschen stärker gewesen wäre, dann hättest du bestimmt über 50 gekriegt. Aber wir sind ja nur bis 80 Kills gekommen. Ja, 80 Kills waren es von 20 Leuten. Dann hatten wir 80 Punkte gemacht. Ja, ich habe allein 5 Kills auch noch gemacht. Und ich alleine... Ich alleine habe 42 Kills gemacht. Und... Keiner kann nicht mehr sehen, weil du nicht mehr in der Kamera bist, weil du dich zurücklegst. So? Ja, jetzt wieder, was ich dir gesagt habe. Einfach aus dem Grund, weil die Teams halt so schlecht sind. Es ist halt einfach der Fall... Bei 80 Kills, ihr merkt Leute, ich habe alleine 42 Kills gemacht. Und es müssen 20, bzw. 19 andere Leute noch 58 Kills machen. 58 Kills. Das ist nichts. Auf 19 Leute aufgeteilt, muss jeder ungefähr 3 Kills machen. Und wo liegt dann das Problem? 3 Kills! Sag mal, kannst du wieder die Zahl anzeigen, wie viele Kills wer gemacht hat? Ich kann das leider gar nicht machen, doch gar nicht theoretisch. 4, 1... Nee, aber du hast das letzte Mal so eine Liste da gehabt. Ja, ich weiß, aber das geht jetzt nicht. Leider. Weil wir nicht gewonnen haben, oder was? Nee. Ne, weil ich keine Säke kriegen kann. 5, 0. 13. Das sind aber unter die Teams ist doof. Kann hier gucken, Ahja. Das ist unser Team. 0 0 6 3 7 5 0 2 0 9 3 0 6 1 41 da ist aber auch einer mit 16 hier guck mal ttv und einer mit 13 toll und ich mit einem 40 aber 16 13 ist auch ganz gut ich habe mehr als die beiden zusammen so also ja mehr als die drei besten von denen zusammen ja sonst sind wir ja gewonnen also wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare abonniert den kanal und schaltet sich noch einmal wenn es wieder heißt mal gucken wie viele fortnight kills der herr sofort noch zusammen bekommt ja vielleicht 50 also mein ziel gibt es irgendwo ein rekord es gibt keinen rekord im team rumble gibt es auch keinen rekord welt rekord halter also 42 ist schon ziemlich viel würde ich sagen oder ja leute also mal gucken heute gestern 40 heute 42 mal gucken was morgen rauskommt ja wenn waschbären nachts noch wach sind auch wir müssen doch uns mal ganz kurz die gleicherischen kills angucken meine kürzeln ist interessant nein naja ok es war ein paar paar gute slides dazwischen gucken uns aber alle kürzeln ergleichern ja vieles jetzt seht ihr jetzt seht ihr gaming auf ganz hohem niveau sind ja nur fünf da habe ich noch mitbekommen bei mir packt es das ist immer so rum ne gut ach du scheiße ach du scheiße Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Na so sah das bei mir auch mal aus. Er ist ein Topfisch. Er ist ein Topfisch. Er ist ein Topfisch. Nee. Oh. Das war der, den du da getötet hattest. Nein, wo ich fast getötet habe. Alter, wie das aussieht, wenn du rauskommst, wenn jemand in mir den Kopf bekommt. Oh jee. Fredericks Nuss. Wie viel hat denn der abbekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wo ist es? Eskimi. Nee. Hä? Was? Okay Leute, wenn ich das heutige Video gefallen habe, würde ich mich selber liken, abonnieren und einen Kommentar freuen. Bis dann und tüß. Ebenso. Ebenso.